Kann ich mit Augenübungen meine Nackenverspannungen lösen? Wie das geht, zeigen wir dir in diesem Film. Den Kopf langsam nach rechts drehen, zurück zur Mitte und nach links drehen. Die gleiche Übung dann nach oben und nach unten ausführen. Spüre, welch Bewegung gut geht. Den Kopf dann seitlich kippen, das Ohr zur Schulter führen. Die gleiche Übung zur anderen Seite. Die Übung kann man erweitern, indem man den Arm mitführt. Den Kopf nach rechts kippen und den Arm über Kopf strecken. Dazu nimmst du dir den Vision Stick und hältst diesen mit ausgestrecktem Arm auf Augenhöhe. Nun den Stick langsam Richtung Nasenwurzel ziehen, dabei den obersten Buchstaben immer klar im Blick behalten. Langsam den Arm wieder strecken und den Stick in die Ausgangsposition zurückführen. Als Variante führst du den Stick erneut zur Nase und fokussierst den Buchstaben. Dann den Blick kurz lösen und in die Ferne gucken. Wieder den Buchstaben fokussieren, den Arm ausstrecken und über den Stick hinweg noch weiter in die Ferne gucken. Den Buchstaben wieder fixieren. Nacken und Augen sollten sich jetzt etwas entspannter anfühlen.